Hallo, mein Name ist Gerhard Schiefneck, ich bin der Leiter der COGES Trainings Akademie in Graz und im Folgenden zeige ich euch einige Videomitschnitte aus Hypnosesitzungen. Ich laufe. Du kippst dann um, irgendwie, und du kannst dir aber nicht so ähnlich, wie es mir das vorkommen, so schwarz, so ein bisschen Busch, weil voll da irgendwie, also reiß dich schon, nehm ich halt einmal an. So weit es geht, aber, nein, komisch, das war irgendwie so wie ein anderer, nicht so ein Fall irgendwo anders hin, in eine andere Sphäre oder, ich weiß nicht, was das andere ist. Es ist etwas ganz, ganz Tolles, das einen nur weiterbringen kann und ich kann es jedem empfehlen, es herauszuprobieren. Auch wenn man das nicht immer an, wenn man das nicht immer an, wenn man das nicht auch nicht mehr an, wie es sein wird. Es ist das, was wir berühmten, aber auch ein paar Minuten, oder?